Ja, 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 ja. Heute hatte Daisy Geburtstag. Alles Gute, Geburtstag! So, Leute, heute ist Daisys Tag, und ich dachte mir so, guck mal, wir sind ja in Ghana. Es kam unerwartet, sagen wir mal so. Ich dachte mir so, okay, wir gehen jetzt mal heute raus. Dein Geburtstagsgeschenk ist erst mal, dass du alleine heute entscheiden darfst, was du essen möchtest. Oh, das ist aber nett von dir. Ist doch nett von mir, oder nicht? Deswegen heute drück ich dir ... Achso, ich soll das selber kaufen? Du sollst das selber kaufen, am besten, wenn du chill kannst. Alles kann das so, ja? Doch, easy. Probier's doch aus. Also, du kannst doch Englisch sprechen, ist doch kein Problem. Ja, keine Ahnung. Doch, kannst du. Komm, stell dir mal jetzt nicht so anbaden, komm, los. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir ... Alle deine Freunde. Hast du erkennt? Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Guck mal, jetzt mach ich dir das möglich, was ich dir nie möglich gemacht habe, als ich in Deutschland war. Hier. Du bist sonst sehr vermisst. Hui! Okay, hier, ich geb dir so viel. Möchtest du mitkommen? Ja. Kommst du mit kurz? Komm mal hier, die kann man jetzt hier im Reiseln machen. Komm mal hier, die kann man hier im Reiseln machen. Sag mal, wie du reinaust. Komm mal hier, die kann man hier im Reiseln machen. Wie hat er das Essen? Wie hat er das Essen? Wie hat er das Essen? Warum möchtest du nicht zeigen? So Leute, dann würde ich sagen, Daisy hier, das nimmst du. Also, du holst dir aber dann auch was zu trinken. Du kennst ja schon nicht. Aber ich darf mir dann auch so auch was zu trinken. Natürlich darfst du dir auch so was möchtest. Hier, heute ist dein Wurzeln. Hier, Cash Money, Cash Money, ihr nehmt. Nein, 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 nein. Cash Money, das nimm. Okay, dann, let's go. Leute, 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 bevor das Video weitergeht, ihr wisst Bescheid, schreibt in die Kommentare, jetzt die Glückwunsch, Daisy. Daumen nach oben, Leute, ihr wisst Bescheid und let's go. So, Daisy, es geht los. Leute, ich hab einfach jetzt Geld geschenkt bekommen. Cash Money. Pass auf, nicht, dass... Das ist mir gleich gefaut. Ja, wir sind safe. Ich glaub aber auch nicht, dass du da hinterherlaufen würdest, oder? Du müsstest hinterherlaufen. Oha, da schickst du mich auch noch. Ich musste deine Fehler, muss ich wieder... Okay, alles klar. Okay, wir haben doch schon heute Morgen für Mama gesungen, ne? Sollen wir nochmal singen für Mama? Okay, komm. Half day to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Mama, happy birthday to you. Weißt, was komisch ist, danke, aber... Weißt, was komisch ist, ich hab ja am Dezember Geburtstag, und auf denen eigentlich ist es doch kalt und nass und so. Und einfach dieses Jahr scheint einfach 31 Grad die Sonne. Ja, hip, 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 hurray. Genau, Leute, jetzt gerade, wo ihr das Video schaut, na, wie viel Grad haben wir es jetzt in Deutschland gerade? Das interessiert mich. Also hier ist das safe über 30, ne? Mama fliegen! Das interessiert mich auch, Leute. Also deinen Geburtstag hast du sonst nie woanders gefeiert, oder? Nein, immer nur zu Hause, ne? Wow. Es wird einfach was Besonderes, und das bleibt dein Leben lang, dass du einmal gar unter deinen Geburtstag gefeiert hast. Aber ey, das ist erst der Anfang, keine Sorge. Wie, wieso? Das erste Anfang, du hast doch heute den kompletten Tag, du hast heute Geburtstag, das meine ich. Ja, ja. Also ist doch schon ein Baba Geschenk von mir, oder nicht, dass du heute alleine einkaufstabend bist, ne? Das ist so geil, dass ich mich jetzt selbst auch verständigen muss, weil eigentlich müsstest du das machen. Nein, 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 nein. Warum denn? Was ist das denn schlimm? Hä? Du sollst dich auch langsam hier ein bisschen, ne, wohlfühlen. Die können auch Englisch sprechen, du brauchst einfach nur sagen... Eigentlich ist aber Katastrophe, bitte. Nein, 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 das stimmt nicht. Oh mein Gott, er hat uns was angefangen hier. Leute, Rückspiegel, ja? Hä? Rückspiegel, Bruder, bitte. Ich frage meine Beine noch. Also das Ding ist, du brauchst einfach nur sagen, how much, weißt du? Easy. Dir muss ein bisschen schreien. Ich meinte, oder wenn ich was zu trinkern kaufe, nehme ich es einfach ohne, also weißt du, ich meine? Ja. Ohne zu fragen. Ja, ist ja egal, nimm einfach. So Leute, jetzt müssen wir noch eine Weile gehen, bis wir da angekommen sind. Und auf was hast du aber heute Bock eigentlich? Ich hab auf jeden Fall Bock auf irgendwas mit Fisch. Fisch? Eww. Wie? Ja, also nicht jeder feiert Fisch, das weißt du ja. Wie notiert das Fisch, oh mein Gott, ey, geil. Lecker. Mit Schafe? Mit Schafe? Mit Schafe. Schafe? Mit Schafe, ja, Mann, geil. Hältst du das auch? Du weißt, ich hasse Schafe, ne? Ich weiß, du magst es, die geilen Schafe, aber ich hab richtig Angst davor, dass das Schaf hier so doll ist, weißt du? Ja, ich bin auch gespannt. Ja, okay, wollen wir jetzt nicht so viel reden? Ja, okay, bis gleich. Ui. Okay, Kay, Leute, das machen wir immer mit Kay, er liebt das, ne? Und? Kay liebt das unnormal. Wir sind jetzt da, willst du noch weiter reingehen? Naja, ich hab grad schon was gesehen, Leute. Ja, was hast du gesehen? Und zwar möchte ich hier von diesem Stanz, ich hätte gerne Fried Yum. Fried Yum? Für die, die das nicht kennen, das ist so eine Yum-Wurzel in Deutschland, glaube ich. Ja, ja, Yum-Wurzel nennt man das, genau. Ja, und hier wird es halt frittiert, und das möchte ich, glaube ich, mit Fisch essen und schön scharfes Essen. Oh, du machst dir ja heute selbst ein Geschenk. Ja, okay, nice, aber da steht niemand, auf den du sollst dich selbst bedienen, oder was? Achso, doch, da kommt jemand. Also, das hier ist hell, und das hier ist dunkel, oder hat das irgendwas zu sagen? Hast du das? Warte, ich frag sie mal, das ist, glaube ich, was willst du sagen? Ja, Yum-Wurzel? Potatoes. Potatoes. Sie meinte, Potatoes. Okay. Ähm, möchtest du einen probieren? Nee, glaub ich nicht. Soll ich es von dir auch zu schulden? Ja, kannst du. We do a video, is it okay for you? For Germany. Ja, danke. Yo. Okay, super. Yum, how much did it cost? One. Okay, and the Fisch? Fisch, aber 5 CDs. 5 or 7. Then I will take the Fisch for 5 CDs. And Yum, I think, 3 or 4 CDs. Guckst du mich an, musst du gucken. Wieviel ist das dann? Ähm, excuse me? Also, 1 kostet 50 Cent. Ja, 50 Cent mäßig. 50 Pest, oder? Ja. Ja, auf dem wie, 50 Cent? Wieviel möchtest du, wenn du... Wenn du, äh... Ja, 6 Stück sind dann 3 CDs, ne? Ja, 3 CDs. Zu süß. Okay, for 4 CDs. Ja. Also, Daisy, sag mal schnell kurze Information. Was hast du jetzt gerade bestellt? Also, ich hab jetzt fried Yum bestellt und einen Fisch. Und das wird mich zusammen 9 CDs kosten. Oh, 9 CDs. Wo ist dein Geld? Mit was zahlst du denn? Ich glaub, ich geb ihr einfach 10. Schenkst du ihr 1 CD? Ja. Okay. Ich glaub, sie ist echt lieb, oder? Und dass sie auch erlaubt, dass sie aufnehmen dürfen, ne? Wir haben einen Fisch, please. Fisch, yes. Oh, Fisch. Oh, Fisch. Kriegst du auch scharfe Soße eigentlich? Fisch. Fuh 1. Fuh 1 ist how much? 8 CDs. 8 CDs is a full 1. But when you cut it, how much? Ja, 40. Also, Hälfte ist... Halb, ne? Nee, ich möchte nicht. Du kannst halb, Hälfte holen. Okay, dann halb. Yes. Also, Leute, Hälfte? Yes. Yes. Ja, ja. So, Leute, kannst du jetzt erklären, Daisy? Also, sie meinte, ein ganzer Fisch würde mich 8 CDs kosten und die Hälfte halt 4. Und jetzt nehme ich die Hälfte und sie wollte mir das mit Auge und so geben, aber darauf habe ich keine Zeit. Hey, warum nicht? Deshalb will ich das hintere Teil mit dem Fischwanz. Ihhh, du schiebst. Du schiebst. Hä, wenn du schon Fisch isst, dann trau dich auch mal die Augen zu essen. Warum denn? Ja. Also, Leute, das ist fast sowas wie 10 Euro, ne? Und eigentlich möchte ich sie neu kriegen, ne? Okay. Ist okay. Thank you very much. Also, sollen wir jetzt noch weiter reingehen? Kay, was ist los? Ist das kaputt? Kay möchte ein Eis haben. Kay möchte ein Eis? Okay, dann gehen wir mal weiter. Komm, Kay. Alles Gute, grüß dein Eis. Daisy, ich muss wirklich sagen, das hast du gut gemacht. Check. Hey, ich bin stolz auf dich. Hey. Okay, es geht weiter. Wo findest du was zu trinken? Komm. Kay, wo findest du hier was? So, Leute, das ist unser Taifa-Market. So, Kay. Du hast auch Durst, dann zeig doch mal jetzt. Wo kannst du jetzt was zu trinken holen? Wo kann ich trinken kaufen? Kay, wo? Hä? Wo finden wir was zu trinken, Kay? Wo, 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 wo? Kay, hast du was gefunden? Ja? So, Leute, hier sehen wir, das ist unser Taifa-Market. Sehr, sehr viel los hier. Ihr wisst Bescheid. Leute, Daumen nach oben, Daumen nach oben, Leute. Daumen nach oben. So, das ist das Leben hier. Und die Menschen sind glücklich. Sie sind glücklich. Kay, hast du jetzt was gefunden? Wo, wo? Aber es muss ein Kühlschrank sein. Also Daisy, du musst das klären, ne? Ich bin nur Kameramann. Du hast ja Geld. Okay, was machst du? Da stehen sogar Preise dran. Mama. Fanta? Okay. Oh, Fanta. Also Leute, sowas wie 2,50, ne? Okay, Fanta möchtest du mal haben? Okay, dann sag mal. Wie bestellt? Warum teilst du einfach? Das ist unfair. Warum denn? Du musst dich an die Regeln halten. Aber wenn du Geburtstag bist, musst du dich an die Regeln halten. Und möchtest du noch irgendwie Ananas holen? Oder irgendwie Obst oder so? Ja, als Nachmittag. Okay. Fanta hast du dir geholt. Hier Kay. Jetzt schaffst du das. Mach mal auf. Und trink mal. Bye-bye. Oh, bye-bye kannst du aber ganz laut sagen, ne? Und Kay, schmeckt's? Blub, blub, blub. Okay, wo geht's jetzt hin? Also das sind 50, ne? Ja, genau, 50. Was sagen die immer? 50 Cent. This is 50 Passwares, right? Also das ist 50 Passwares und das große nennt man CDs. Passwares? Passwares, ja? Ja, genau. 50 Passwares, auf den wie 50 Cent, ne? Passwares. Passwares. Okay, wo geht's jetzt hin? Eigentlich hab ich Bock auf so'n Fun-Yogo. Fun-Yogo? Ja. Aber Fun-Yogo, ich weiß nicht, ob du das hier findest, ja? Kriegst du auch alle das hier? Ja, holen wir jetzt alle anderen. Genau. Auf ganz frisch. Guck, er liebt das hier. Wiii! Ah, mein Kopf. So, Daisy, ich meinte doch, du führst mich hier oben. Ja, ich such jetzt nach einer Ananas. Okay, Ananas. Sag mal, motiviert hier, du. Es muss dir doch was passieren. Guck mal, was sie macht. So, ey, Daisy, was ist hier so? Ich hab' gefragt, sie meinte 5 CDs, das ist wie 5 Euro. Ich hab' gefragt, sie meinte 5 CDs, das ist wie 5 Euro. Ich hab' gefragt, ne, ne, du sollst jetzt fragen. Frag' du jetzt. Oh, das ist voll eng hier, ja? Ui! Ich hab' gesagt, wie viel? Sag' einfach, wie viel? Okay, wie viel? Okay. Ja, ja, ich hab' einen. 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 Aha. Guck mal, wie sie guckt. Hallo, Wufu. Oh, alles so Wufu sah. Und, Mettomi, hey, hallo, hallo. Na, guck mal, guck mal, guck mal. Ey, sie wollten immer, sie sagt, Mettomi, ich kauf' zwei. Äh, Mettomi. Sie wollten die einfach mal kurz hochnehmen, weißt du? Sie wollten einfach seine Weite und so. Aber, aber, das ist schon witzig, na ehrlich. Sympathisch einfach. Okay, pass auf, ne, das ist richtig eng hier. Also Leute, sie cuttet das jetzt auf Korrektion mit, und dann kann ich das direkt essen. Zu heftig, frisch. Leute, sie ist so schnell, ne? Guck mal hier. Oh, sie ist so schnell. Eigentlich wollte ich sie das aufnehmen. Wow. Du hast sie jetzt einfach klein gemacht, Leute. Pass. Wie gesagt? 1... 5. 5. Ja, richtig. Ja, danke. Danke. Okay, bye, bye. Okay. Ocinanuaaba. Ocinanuaaba. Also sie meinte, morgen kommst du nochmal. Ich komm nochmal. Ja, okay. Ist der Mettomi. Auf dem, die muss sagen, ich komm, Mettomi. Ist Mettomi. Geil, jetzt hast du nochmal eine Schulung. Bye, bye. Jetzt hast du noch eine Schulung. Wir kommen hier kurz. Ja, bisschen gelernt noch, ne? Ja, also. Leute, jetzt haben wir eigentlich, wir haben Nachtisch, wir haben Hauptgang. Jetzt brauch ich noch was zu trinken. Ich dachte, du wolltest Fun-Yogo. Aber egal, hol mal was zu trinken. Oder? Ja, egal. Ich hol mir noch was zu trinken und dann wollen wir noch ein Fun-Yogo haben. Okay, let's go. Und Daisy, hast du was gefunden, wo du Getränk holen kannst? Noch nicht? Auf was hast du denn Lust? Wasser, Cola, Sprite? Nee, schon so Cola oder so. Cola? Ja. Leute, hier werde ich meine Haare noch machen. Hier, ne? Guck mal hier, Leute. Hier sind die so schnell. Die sind alle auf... Die sind alle an einem Kopf und dann dauert das nicht mehr so lang. Okay, komm. Ja. Also, ich bin ja gar nicht motiviert, ne? Du siehst so gezwungen aus, oder? Nee. Mir ist einfach noch richtig heiß, Leute. Und dann wird man so ein bisschen, ne? Ich bin auf der Suche nach was zu trinken, wisst ihr? Du hast jetzt auch Durst, ne? Ja, ich hab richtig Durst gerade. Oh, die Sonne knallt gerade so auf meine Haare. Ja. Bei mir auch. Ich hab dir doch gesagt, heute ist das Ritter anders. Ja, das ist richtig heiß. Also, Kate, du hast es ausgetrunken, ne? Oh. Und? Hoppla. Und immer noch nichts gefunden? Nee, ich halte die ganze Zeit auf, schau, Leute. Da, da, Desi, da, da. Guck mal. Auf der anderen Straßenseite. Ich glaub, da kriegst du sogar Fanyogo, oder? Oder? Ja. Ist Fanyogo da? Oder? Doch. Verkauft der? Verkauft der? Komm, schnell, schnell, rüber. Komm, Kate. Oh, Junge. Mach doch 1, 2, 3. Stopp. Oh, Fanyogo ist da. Oh, mein Gott. Hallo. How are you? Are you good? Okay, jetzt bist du dran, ne? Okay. Wir haben Fanyogo. Und how much is one? Okay. Welche sollte meinst du? Oh, guck mal, hier steht sogar ein bisschen da. Ja? Wir haben Erdbeer, Mango. Was ist das? Superyogo. Superyogo. Also, gibt's noch Schoko. Schoko und Vanille, okay? Das ist mit Schoko. Okay, Schoko bei dem Wetter? Schoko? Ehrlich? Ich würd das nicht holen. Okay, deine Schade. Ich möchte Erdbeere. No strawberry. No strawberry. No strawberry? No strawberry? No strawberry. Okay, dann müssen wir woanders hin. Okay, Mango. Du hast Mango. Okay, dann I take Mango. Mango nimmst du? Nee, ich mag Mango nimmst du. Okay, Leute, das ist ein Whip. Damit verkauft er seine Sachen. 2.50. Wie viel? 2.50. Aber, Bro. Ja. Du hast strawberry inside. Ja, wir haben strawberry. Ja, aber was sagst du nicht? Hat er bisschen Vanilla. What the hell? No, noch Vanilla. Ja, strawberry. Strawberry, ja. Der Mango nimmst du. Ah, er hat uns nicht verstanden richtig. Also strawberry ist da. Ja, ist da. Hat er wohl nicht richtig zugehört, ne? Ist auch zu laut hier, ne? Ja, ist laut. Er hat das nicht verstanden. Daisy, ich muss wirklich sein, das machst du gut. Ja, ne? Okay, wow. 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 Wieviel hat jetzt eins gekostet? 1.20, also 3.60. Cain's hat auch 1.20 gekostet? Ja. Wie viel hast du zurückgekommen? 1.40. Oh, Kopfrechnung bei Daisy ist am Start. Danke. Thank you. Bye. Okay, let's go. Kannst du mir helfen? Klar, helfen doch gerne. Kannst du mir alles geben. Ich halte alles für dich. Alles möchte ich aber selber halten. Ja? Kann man ja jetzt essen. Ja. Hast du neue Freunde gefunden? Mama, die Kleinen hat auch Schoko. Ja. Hier, du auch. Hier, mein Scho. Mama, sie wollte meine Hand tragen. Ja? Das ist süß, ne? Mama, auch für Kay. Du musst das aufbeißen, ne? Genau, erklär mal. Also, das gefrorene ist Joghurt. Gefroren mehr Joghurt. Gefrorener Joghurt. Und du beißt hier die Ecke auf. Und dann saugst du sozusagen hier das Eis raus. Das Wetter. Ja, irgendwann schmilzt das dann. Ja, jetzt ist noch Eis. Aber es schmilzt in der nächsten Sekunde auf den. Ja. Dann ist es halt Joghurt auf den, ne? Aber richtig kalt und zu lecker. Ja. Und dieses Rausschlecken ist süchtig, ne? Der Geschmack einfach macht auch süchtig, ne? Ja. Und das kühlt auch ab, ne? Ja. Und du, Kay? Du wolltest auch mal zeigen, wie macht man das, Kay? Für die Kids, damit die auch verstehen so. Kannst du das mal bitte erklären? Das ist lecker. Und dann kommt kalt raus. Du musst kauen und dann kommt kalt raus wie gefroren. Da kommt kalt raus wie gefroren. Ah, richtig, Kay. Jetzt wissen die Bescheid auf jeden Fall. Hat er das mit erklärt? Ja. Okay, was brauchst du jetzt? Du brauchst immer noch was zu trinken. Wir haben deinen Alp. Und jetzt du noch was zu trinken. Okay, let's go. Oh. Oh. Ich hab eine kleine Location gefunden. Ja. Und hier werd ich mir jetzt was zu trinken holen. Ja, da musst du reingehen, ne? Oder wolltest du hier draußen stehen? Weißt du, wie warm das ist? Oh, da ist ein Kühlschrank. Oh, das ist genau das, was du brauchst. Was möchtest du jetzt haben? Okay, der hat Coke. Coke. Alles, was du willst, ist da, glaub ich. Meinst du auch was? Oh, Cola ist ... Das sieht richtig lecker aus. Haben die überhaupt Cola da? Haben die Cola da? Ja, die haben Cola. Die haben Cola da. Das ist Malz. Oh, da ist Cola. Der ist Cola. Oh, sie haben diese teuren, also größere. Das ist groß. How much? Three. Okay, I take it. Möchtest du auch eins für mich kaufen? Noch eine? But the small one. The other one is smaller. No, no, left. Yeah, this, left. Here? Cola is this, yeah. Coke. Coke. The small one, Coke, yeah. Yeah, yeah, this. Thank you. Both, both is okay, both. Yeah. How much? Two five. Two five. Also 2,50 kostet mein kleiner. Und deiner drei. So, Daisy, und was hast du jetzt geholt? Jetzt habe ich zwei Cola geholt. Eine große für mich und eine kleine für dich. Sag mal ehrlich, wie angenehm ist es gerade, dass du da drüber stehst? Hier ist es gerade zu angenehm. Kurz mal Energie holen noch. Wie viel müssen das jetzt sein? Wie viel mit 13,50? Wie viel mit 13,50? Also ich glaube, eigentlich müsste sie mir noch 1,50 geben oder so. Aber egal, ich lasse das. Ja, okay, alles gut. Oder? Ja. Okay, das hast du auch gut gemacht. Ich finde, ich habe das richtig gut gemacht. Ja, finde ich auch. Leute, Daumen nach oben, Daumen nach oben, Daumen nach oben. Leck, 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 Leck. Ihr wollt alle eine Roomtour haben. Ihr meint die ganze Zeit, oh, Roomtour, 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 Leute. Na klar, das machen wir gerne für euch. Ich sage euch aber ehrlich, eigentlich, ich weiß nicht, ich bin mir da unsicher. Aber ja, ihr wolltet das unbedingt sehen. Ja, ihr werdet das auf jeden Fall zu sehen bekommen, keine Sorge. Guck mal, Kay, aber da ist die Babykatze. Ja. Oh, süß. Ja. Geh mal hin, Kay. Die Babykatze ist da. Was meinst du? Ich sagte, Kinaya ist mit Chicken in der Hand eingepennt. Wow. Sie chill auf der Couch. Guck mal, weil du gebautst der Couch, du kannst dich einfach nur hinsetzen. Hol dir mal einen Stuhl. Leute, das ist ein bisschen Chaos hier. Hol dir einen Stuhl und einen Tisch und alles andere besorge ich dir. So, Leute, jetzt habe ich für Daisy alles geklärt. Ich weiß nicht, was sie noch alles geholt hat. Wir haben jetzt hier, einmal habe ich hier schon eine kleine Soße bekommen. Aber die ist scharf, oder? Die ist bestimmt sehr, sehr scharf. Hier habe ich einen Fisch, der arme Fisch. Und jetzt haben wir hier noch die Fried... Ja, die sind sogar noch heiß. Ja, die sind auch warm, ne? Ja. So Leute, Daisy probiert jetzt exklusiv... Extra für euch. Nicht extra für euch, Mann. Du hast doch Geburtstag, Mann. Das ist ja extra für mich. Auf jeden Fall, ich mache das ja einmal kurz auf, weil man muss ja noch alles probieren, ne? Es kommt aber nicht raus. Geil, ich mache das so. Ich dipp einfach da rein. Das ist die Soße... Nein, einfach hier. Warte mal. Ich helfe dir. Das ist jetzt die Soße, Leute. Erzähl mal ein bisschen, du kennst das doch... Sieht bestimmt richtig scharf aus. Warum sieht die scharf aus? Ich meine, du kennst doch die Soße aber, ne? Ist das Schüttel? Ja, okay, ich denke... Aber es sieht ein bisschen anders aus. Ja, okay, das sieht echt ein bisschen anders aus. Sieht mehr flüssiger aus. Ja, aber Schüttel ist, glaube ich, Schüttel. Okay, Leute. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt ein Stück von diesem Fried Yum. Ich geb das jetzt da rein, ein bisschen. Okay, ich bin gespannt. Boah, das ist so knackig, ne? Ich liebe einfach Yum. Und du musst sogar ein bisschen gesalzen. Das heißt, einfach haftig. Wow. Und jetzt noch dieser Fisch hier dazu. Man weiß, ob das Tilapia-Fisch ist oder normal. Ich weiß nicht. Ich glaube, Tilapia ist größer. Ja? Was ist das jetzt für ein Fisch? Keine Ahnung, irgendein anderer Fisch. Irgendein anderer Fisch. Fisch ist auch geil. Oh mein Gott, Leute. Lass mir das jetzt schmecken. Opa, ey, das ist aber richtig knusprig, ne? Richtig lecker, liebe. Oh mein Gott. Also Leute, das ist Yum mit Fisch. Wow, wie Chips-mäßig. Und die Soße, was sagst du, der Soße ... Ist gar nicht so schade. Ist nicht so schade? Also sagst du, von meiner Mama besser? Mamas Shit ist auf jeden Fall besser. Oh mein Gott. Leute, das ist einfach heftig. Also wenn ihr nach Ghana kommt, probiert auf jeden Fall das. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten lasse ich mir das jetzt schmecken und genieße einfach meinen Tag heute. Heute musst du deinen Tag genießen. Das ist der erste Anfang, glaub mir. Danke an Ben hinter der Kamera, dass er mir das jetzt ermöglicht hat, dass ich frühstücken kann. Oha, ist das dein Frühstück? Ja, ist ja eigentlich, ne? Also das ist das erste, was ich heute esse. Und ich durfte mir das einfach ausdrücken. Warum? Du brauchst dich doch gar nicht bedanken. Ich bin stolz auf dich, dass du alleine dich hier zurechtgefunden hast. Mama. Also zurechtgefunden hast. Also heute könnt ihr auch alleine. Ja, ja, ja. Jetzt brauchst du mich nicht mehr rufen, Ben oder Andy. Mach einfach dein Ding alleine, okay? Ich mach einfach. Bitte mach dein Ding alleine, okay? Okay, komm. Ja, Mann. Okay, zieh durch, ja? Und du, Kay, hast du noch was zu sagen? Ja. Lass mal Kay kurz probieren, Daisy. Nimm mal. Na ja, gib ihm mal, gib ihm mal. Mach mal scharf ein bisschen. Ein bisschen Chito. Er ist nicht total scharf. Er möchte keine Chito haben, er möchte die Soße. Guck mal, er ist so schlau, ne? Also die Soße, genau. Ja, kein Bock. Ja, okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr irgendwas noch habt, schreibt es in die Kommentare. Was soll Daisy noch ausprobieren? Hast du Gehirnfrost bekommen? Oh, kennt ihr das, wenn diese Kulmsäure so ... Ah, was genau? Das brauchte ich grad so lecker. Wow. Auf jeden Fall, Leute, ich probier alles. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Was soll Daisy noch hier in Ghana ausprobieren? Und, 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 Leute. Ansonsten, Leute, danke fürs Einschalten. Immer schön Daumen nach oben. Glocke aktiviert, Leute. Eure Liebe, unglaublich. Macht weiter so. Danke für eure Unterstützung. Und Peace. Hey, sagst du Tschau? Okay, sagst du Tschüss? So gemacht immer auf, beschäftigt.